Hallo und willkommen zu PropNight. Mein Name ist Felix und ich spiele als Überlebender. So, am Anfang, wenn man Überlebende spielt, kann man sich jetzt anscheinend immer ein Item raussuchen. Ich habe mich da jetzt einfach für das Buch entschieden. Hätte aber auch was anderes wählen können. Wir spielen, wenn ich es richtig gesehen habe, gegen einen Imposter. Das heißt, ich muss besonders aufpassen, wenn sich irgendwie Teammates oder irgendwelche Props mir sehr auffällig nähern. Okay, keine Ahnung, was das war. So, ich versuche einfach, Fortschritt zu machen, Münzen zu sammeln, zu reparieren. Das sieht gefährlich aus. Ja, ja, das ist kein guter. Genau. Das passiert dann. Ich nehme das Buch direkt, mache mich unsichtbar. Okay, und bin abgehauen. Hui, das war der Maiskolben, der angeflogen kam. Der ist mir auch hinterher gesprungen. Das war der Imposter, der sich halt in die Props verwandeln kann. Um sich dadurch gut anzuschleichen. Okay. Das ist gar nicht so einfach. Wir müssen echt aufpassen. So, na gut, dann repariere ich hier einfach weiter. Ich hoffe, mein Team ist auch aktiv. Aber gut, ich sehe gerade niemanden. Der ziehe ich einfach weiter durch. Okay, da tüpft irgendwie... Na, das ist immer gefährlich, wenn so zwei große Sachen durch die Gegend hüpfen. Weiß ich eigentlich, das ist wahrscheinlich einer davon der Imposter, der jemanden jagt. Das ist aber schon lange her, dass ich mal wieder Fortnite gespielt habe. Der Imposter ist echt ein cooler Killer. Er kann sich halt in ein... In ein Teammate verwandeln. Und sich so anschleichen. Oder er kann sich in einen Prop verwandeln und so an die Rücken kommen. Ähm... Ich weiß nicht, ob der Maiskolben dort... Ich glaube doch, das ist ein Teammate, oder? Das ist dort gerade versteckt. Die Dose ist allerdings kein Teammate. Da bin ich mir sehr sicher. Ja. Genau. Okay, hui. Du musst wirklich aufpassen. Na gut, ich hau einfach ab. Und versuche hier weiter zu reparieren. Ähm... Ihr fragt euch vielleicht, hat sich an Propknight eigentlich was verändert, seitdem die letzte Folge kam? Sind ja jetzt doch schon ein paar Monate vergangen. In Propknight gibt es zur Zeit wie... Wie Art Aufgaben, die man machen kann. Ähm... Sowas wie... Repariere Popmaschinen, rette Leute von Stühlen, verwande dich in den Gegenstand oder sowas. So Mini-Aufgaben. Und dafür bekommt man ein paar Münzen. Und für Münzen kann man sich im Grunde Cosmetics, äh... Beziehungsweise so Loot-Truhen freischalten. In denen Cosmetics sind. Also es ist immer so ein Zufallsystem, was mir nicht so sehr gefällt. Aber... Man kann immerhin jetzt ein bisschen versuchen zu leveln, sag ich mal. Und die Münzen auch verdienen, indem man nicht nur gewinnt, sondern halt diese Aufgaben erledigt. Okay. Genau. Das ist so neu. Das gibt es auch für Killer. Ansonsten habe ich gar nicht so viel gesehen, was groß neu ist. Also es gibt einen neuen Überlebenden, einen neuen Killer. Aber den gab es schon, als ich aufgehört hatte zu spielen. Und es gibt wohl jetzt auch eine Beta, wo Pop Knight irgendwie ein bisschen düsterer ist, einen anderen Spielmodus hat, der insgesamt halt ein bisschen anders aussieht. Das bin ich. Wenn ihr... Ich kann ja nicht selber mir entgegengelaufen kommen. Das war der Imposter gerade. Der hat sich da gerade gut versteckt und verkleidet wieder, aber diesmal hat es halt mich erwischt. Und das ist natürlich... Mich kann sie halt sich nicht verkleiden. Okay, die andere hat Angst, dass ich auch Imposter bin. Okay, und repariert jetzt lieber mit mir weiter. Dort hinten laufe ich wieder. Dort durchs Feld. Er ist schon echt fies, ne? Muss wirklich gut aufpassen. So, ich übergehe hier einfach weiter. Okay, ja, dort hinten jemanden bekommen. Du bist... Wo bin ich? Warum? Okay, die ist angerollt gekommen und hat mich weggeschubst. Sehr schön. Ja, okay, warte, ich lasse dich vorbei. So. Der Skillcheck, den ich da durchverhauen habe, der hat ordentlich Rückschritt angerichtet. Oh, dort hinten. Ich habe jetzt 1000 Münzen. Ich hole mir direkt was. Habe mir ein Medikit geholt. Ich heile mich auch mal. Okay, wo ist der Killer? Dort hinten ist der. Der sucht uns. Ich nehme auch mal lieber ein Mais. Damit bin ich halt ein bisschen kleiner. Ich denke, jetzt können wir wieder. Nee, 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 nee. Können wir überhaupt nicht. Oh, das ist nicht gut. Okay, ab ins Maisfeld schnell in was verwandeln. Dann findet er einen. Dann hat er es zumindest deutlich schwerer, einen wiederzufinden. Ich habe zum Glück noch Schagen von meinem Medikit übrig. Das ist schon richtig, richtig gut. Man muss halt wirklich schauen, dass man die Medikits auch bekommt. Weil man, wenn man sich nicht vollheilen kann, wird es schon echt schwierig. Dann kriegt er einen auch irgendwann. Okay, wir haben den zweiten Generator gemacht. Okay. Gut, dann wechsle ich einfach mal den Ort. Ja, der ist dort hinten jetzt die ganze Zeit. Am besten manchmal dann einfach sich eine neue Requisitmaschine suchen. Und hier reparieren. Okay. Den Imposto muss ich auch mal wieder spielen. Der hat immer Spaß gemacht. Damit kann man halt wirklich fies die Überlebenden überraschen. Und dann halt auch selbst als Requisit, so als Pop halt, sich verwandeln und hinterhergehüpft kommen. Das einzige Problem ist halt, wenn er sich natürlich in die Überlebende verwandelt und die Überlebenden man selbst ist, ne? Dann weiß man halt Bescheid. Okay, es wurde noch nicht gerettet. Die Person sitzt dort hinten noch. Okay, wenn es 80 Sekunden erreicht, gehe ich. Ja, okay, ich gehe. Keine Ahnung, was mein Team macht. Aber besser, wenn man halt mit Randoms spielt und sich... Okay, da wurde gerettet. Wenn man sich halt schon nicht absprechen kann, sollte man dann immerhin sehr aufmerksam sein. Und dann doch vielleicht nochmal retten gehen, auch wenn es vielleicht... Wenn vielleicht auch jemand anderes schon da ist. Okay, er hat wieder jemanden erwischt. Na, der holt sich jetzt halt die Leute, weil halt die ganzen Medikit-Items wahrscheinlich verbraucht sind. Oh, jetzt hat er sich noch jemanden geschnappt. Das ist richtig schlecht. Okay, ich versuche einfach jetzt hier die Maschine zu machen. Die sitzt auch zum ersten Mal. So, mal komische Maschine. Ich würde halt gerne den Fortschritt machen. Und hier nicht die Maschine einfach zurückgehen lassen. Wenn der Killer dann gegentritt. So, die haben wir. Er weiß natürlich, wo ich die gemacht habe. Und wird wahrscheinlich herkommen. Und Ausschau nach mir halten. Okay, ich rede erst die Lutinen. Okay, die wurde schon gerettet. Und da da. So. Fürs Retten gibt es auch wieder Münzen. Ich hole mir die Schmerztabletten. Die kann ich reinwerfen und dann heile ich mich über Zeit. Was halt auch sehr, sehr nützlich ist. Wir müssen jetzt aber aufpassen. Wir haben hier eine Maschine. Wir haben eine in der Scheune. Wir haben, glaube ich, auch eine mitten im Feld. Drei. Ah, das war der Killer. Okay. Ich gönne mir direkt mal die Maschinen. Äh, Quatsch. Die Maschinen, die Schmerzmittel. Also, wir haben dort oben zwei. Wir haben diese hier unten. Wir haben dort oben. Ja. Wir müssen aufpassen, dass wir nicht irgendwie, dass da nicht Maschinen übrig sind, die zu nah beieinander sind. Die er einfach abdecken kann und abpatrouillieren kann. Okay, ich repariere hier jetzt einfach weiter. Ich rechne nicht damit, dass ich direkt an der Scheune bin. Ich meine, wo soll ich jetzt auch sonst arbeiten? Alter, macht es uns schwer. Wir müssen echt aufpassen. Und unsere Seite auch weiter reparieren. Ich meine, gut ist nah. Ich weiß halt nicht. Es fehlt halt jetzt wie in Dead by Daylight wieder die Anzeige, wer wie oft schon mal auf einem Stuhl saß. Okay, der hat mich gar nicht weiter gejagt. So, ich gehe jetzt einfach nach hier unten, weil hier wieder so eine Kiste ist und schaue mal, ob ich was finde. Nee. Ein Baukasten habe ich gefunden. Mit dem Baukasten kann ich hier so eine Mauer platzieren, also so eine Wand. Hier auch. Und jetzt hier einfach weiter reparieren. Ich meine, wenn er herkommt, muss er entweder drüber hüpfen oder halt diese Tür nehmen, aber die kann ich auch zumachen. So, ich hoffe, das klappt. Ich hoffe, ich habe jetzt mal meine Ruhe. Wird mich ja jetzt immer fortgescheucht. Aber der ist halt auch super mobil, ne? Dadurch, dass er sich halt selbst auch in Pops verwandeln kann, das bin ich. Yep. Ich wollte gerade F drücken und halt die Tür dazu machen. Okay, kann ich die Münze hier immer noch einsammeln? Nein, schade. Okay. Er hat die Tür geöffnet. Ja gut, er hat genau das gemacht, was er nicht hätte machen sollen. Wenn ich von der Seite komme, von der ich halt die nicht abgedeckt habe, die hätte ich auch abdecken müssen. Okay, dort repariert jemand. Und dort hüpft jemand. Wo ist die dritte Person? Die sehe ich zumindest gerade nicht. Dankeschön. Okay. Das ist natürlich immer so die Gefahr, gehe ich jetzt an eine Maschine und mache mich damit vielleicht angreifbar. Okay, die repariert dort. Super. Die ist bald durch. Ich würde mir jetzt gerne irgendwie nochmal eine Münze finden, denn eine Münze entspricht sozusagen 300 und die haben alle geschafft. Sehr gut. Hier wäre noch eine Münze. So, das platziere ich dort. Das hier. Und dann platziere ich auch hier nochmal eins. Bevor ich jetzt hier öffne. Jetzt habe ich zumindest wirklich alles abgedeckt. In zur Not kann ich mich hier in was kleines Verwandeln da drüber hüpfen. Ich weiß nicht, ob das wirklich gut ist oder ob er sich dort an der Seite vorbeischlängeln kann, aber besser als nichts. Okay, die Tür habe ich gleich offen. So, perfekt. Ich hole mir vielleicht nochmal ein Item, dann könnte ich zur Not nochmal helfen, falls jemand in Schwierigkeiten steckt. Das Glas. Damit kann ich den Killer blenden. Okay, wieder voran. Wobei, ich glaube, das ist noch eine Münze. Vielleicht kriege ich dort hinten nochmal was her. Wobei, es sieht so aus, als wären alle anderen sicher, weil niemand... Ja, die erste ist auch schon entkommen. Also, ich denke, ich kann hier jetzt auch raus. Ich kann mich nochmal voll heilen. Und dann haue ich auch ab. Aber ja, wobei, ich hätte eigentlich auch direkt abhauen können. Ich muss hier nicht irgendwie drinnen bleiben, um jemanden nochmal zu retten, weil... Ich glaube, hier zählt es Hauptsache, überhaupt jemand aus dem überlebenden Team entkommt. Und damit gewinnt man schon. Das ist der Killer. So, und wir sind raus. Perfekt. Ja gut, wollen wir wieder eine schöne Runde poppen halt. Wo wir sind entkommen. Killer hat auch gut gespielt. Ja, ist halt auch manchmal schwierig, ne? Was willst du machen? Aber, ja, wir haben uns gut geschlagen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Lasst Fragen, Kritik und Anregungen in den Kommentaren. Und dann hören wir uns beim nächsten Mal. Bis denn. Tschüss. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020